und herzlich willkommen zum heutigen video schön dass ihr reingeklickt habt vielen dank ja ich möchte dieses video heute meinen lieblings highlightern widmen ihr habt in der überschrift schon gelesen es geht um die becker shimmering skin perfekter pressed highlighter ein ellen langer name schlicht und ergreifend highlighter von becker diese gepressten und ich habe vier stück die wollte ich euch gerne mal swatchen und zeigen und euch auch sagen warum ich die so toll finde weil ich tatsächlich finde das sind die besten highlighter die es gibt also das sind wirklich so für mich ist das der ferrari unter den highlightern ich hatte das neulich mal zu meiner mutter so gesagt ich musste dann so lachen weil ich ihr gerne aber ich ja einen kaufen werde und dann meinte ich das sind die ferraris unter den highlightern den brauchst und dann hat sie so lachen müssen aber ich persönlich finde das stimmt und wenn ihr meinen kanal schon länger guckt da wisst ihr ich liebe liebe highlighter ich liebe gutes highlight ich habe auch sehr viele highlighter aber das sind einfach die zu denen ich immer wieder greife es ist einfach so die sind einfach toll die qualität ist super das highlight ist intensiv also das ist schon was was auch auffällt also man man sieht dass die sind relativ stark man kann sie aber auch mit einem ich finde immer mit so einem mit so einem fächer pinsel ist es ein bisschen sanfter wenn man einfach hier so ein bisschen einfach sich das so drüber gibt nasenspitze dann gehen auch die finde ich für diejenigen unter euch jetzt vielleicht nicht so auf extremes highlight stehen aber wenn man wirklich diesen extremen effekt möchte dann kann man das auch wirklich haben mit diesen highlightern und die sind halt null glitzerig die betonen keine poren keine falten die sind wunder wunderschön auf der haut die fühlen sich so wahnsinnig butterig und weich an sind super pigmentiert ja ich kann über diese becker halte nichts schlechtes sagen außer vielleicht der preis der leider natürlich ein bisschen höher ist ja aber finde ich persönlich gerechtfertigt ist oder es ist in ordnung oder es sagen wir mal so ich bezahle den preis weil ich weiß dass das produkt unangefochten hier oben irgendwie steht und ja deswegen und ich wollte euch wie gesagt dass man meine vier stück zeigen ihr kriegt der becker jetzt mittlerweile bei douglas oder auch bei sie vorher gibt es becker und die sehen so aus sind hier so kleine kleine döschen eben und ich fange an mit meinem den ich heute auch trage und das ist mein liebster highlighter aber ich greife eigentlich die letzten wochen nehme ich nur noch den es ist moonstone und das ist der hier und das ist ein so ein schöner highlighter man sieht da ist auch schon deutlich jetzt eine coole ich weiß nicht ob ich das jetzt so gut erkennen können das ist so ein champagner beige natur whatever ton nicht gold also man könnte meinen er ist ein bisschen golden aber es ist eher so ein champagner ton und so sieht der aus und ich trage den heute auch und der ist so schön und das ist ja den ich auch meine mutter kaufen werde weil ich finde dass der mit allem geht also der sieht so gut aus egal was ich für ein blush dran habe egal was ich für ein augen makeup lippenstift der sieht immer gut aus und ich finde den auch altersunabhängig immer gut also der ist oh mein gott das ist also ich wenn nur noch eine highlighter benutzen dürfte für den rest meines lebens dann wäre es wirklich monster und von becker und ich komme über den auch nicht mehr raus also ich habe den hier auf meinem schminktisch liegen und ich greife jeden tag zu diesem highlighter weil der so so schön ist ja der sieht gut aus ob man auch an heller haut sieht der gut aus ich meine ich bin ja auch sehr hell und das sieht ja richtig gut aus auch auf der nase ich finde oftmals gibt es so ein bisschen das problem wenn highlighter zu dunkel werden sieht zwar über dem blush noch okay aus oder auch so eine starke eigenfarbe haben also das ist halt jetzt wirklich so ein ton wo ich gesagt er hat farbe ja aber das ist so eine farbe die die blendet sich ein die ist so ja das gibt einfach nur ein highlight das ist kein farbhalter klecks in dem sinne sondern es gibt einfach diesen glow der verschmilzt mit der haut und das ist diese farbe und der sieht auf der nase gut aus der sieht auf der oberlippe hier in diesem bereich habe ich jetzt gerade nicht also ich hatte den heute morgen dran aber ich habe ein paar mal nase geputzt deswegen ist das ein bisschen nicht mehr vorhanden hier jetzt gerade aber das sieht ja auch so schön aus und also wenn ihr euch wirklich überlegt ein highlighter von becker euch zu gönnen würde ich persönlich monster und damit machte nichts falsch dann komme ich zum nächsten das ist der mein neuzugang den habe ich zu weihnachten von meinem mann bekommen das ist pearl der ist sehr sehr selten noch benutzt und das ist so ein weißlich silbriger highlighter ich nehme nicht so oft weil ich finde dass da wieder eher der rest passen muss weil es ein kühler kühler ton ist na wie ihr schon seht ist sehr sehr eisig sehr kühl sehr so frostig ist aber auch hier null glitzer also die qualität ist wie bei monstown einfach ein wunderschöner glow sehr angenehm sehr weich die qualität allerdings ist es hier so dass ich schon finde die farbe es muss zum rest passen also da muss das restliche make up passen es muss finde ich persönlich kühl sein damit das gut ausschaut ich trage habe das gerne im winter lang getragen zum beispiel zu roten lippenstift so ein bisschen rötliches blush und da sieht es schon richtig gut aus wenn es so ein blaustichiger kühler rotton ist dann sieht es richtig gut aus aber trotz alledem ist es auch hier so dass es sich mit dem rest gut ja gut verblendet sage ich mal also es fällt auf ist es ein sehr starker highlighter auch und wie gesagt sehr frostig aber wenn man das mag aufgetragen sieht ja schon sehr schön aus aber wie gesagt es muss halt wirklich zum rest passen aber ich wollte den immer gerne haben weil es halt wirklich so ein extrem heller ton einfach mal ist und wirklich so ein frostiger weißlicher ton der natürlich auch einen schönen effekt zaubert wenn der rest passt also das ist pearl dann habe ich opal opel opal ich spreche es jetzt einfach mal aus wie es heißt ich verlinke euch auch alle oder ich schreibe euch das auch noch mal in die infobox und das war mein allererster becker highlighter der sieht so aus und da war ich von der qualität schon sehr angetan bei dem ist es jetzt so das ist so ein große ton der ist etwas dunkler als monstern aber geht so in die farbrichtung das ist opal ich spreche euch den auch mal neben monstern dann seht ihr schon den unterschied also hier ist monstern und hier ist opal also ist so ein bisschen so ein bronze ton sieht auch sehr schön aus auch hier ist die qualität also die qualität dieser ganzen highlighter ist es gleich also die fühlen sich alle gleich an die sind alle toll aber jetzt fangen schon an bayerisch zu reden aber der ist natürlich ein ticken dunkler den würde ich auch wirklich empfehlen wenn ihr ein bisschen dunkler seid ich mag den sehr gerne allerdings auch nicht ich kann ihn auch nicht immer an mir leiden also da muss ich schon wirklich gut selbstbräuler benutzt haben oder auch wirklich gebronst haben dass das dann passt weil es halt doch eine sehr dunkle bronzige farbe ist die zum beispiel auf der nase finde ich persönlich wird der kann der ein bisschen schwierig werden weil das dann ein bisschen dunkler ist als der rest der haut was natürlich bescheuert ist weil es soll ja nicht dunkler sein es soll ja hell sein highlighten über einen passenden blush getragen sehr schön und wie gesagt wenn man auch gebräunt ist super schön also wenn ihr eben wie gesagt einen dunkleren hautton habt würde ich mir den anschauen weil der dann sehr sehr schön ist da wo ich sowas wahrscheinlich viel 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 zu hell ist ist dann so eine farbe wirklich wirklich sehr sehr schön und ja das ist auch eher wirklich so eine goldigere bronzigere richtung für dunklere hautton ist super geeignet aber auch da ist der wunderschön so und dann last but not least habe ich einen den es eigentlich erst nur limitiert gab der dann aber ein standard sortiment kam und zwar ist es champagne pop dass der jacqueline hill rei damals ich hatte mir den damals in den usa gekauft als der limitiert gerade raus kam ich war da so scharf drauf muss aber sagen ich habe sogar hier ist der einzige wo ich dieses pamphlet drin gelassen habe weil da steht hier noch jacqueline hill drauf ich bin jetzt kein jacqueline hill fan oder so habe ich hab's dann einfach aufgehoben und der ist da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen dafür nicht muss der hautton passen weil der ist relativ dunkel der ist auch so ein bisschen rostiger beziehungsweise sehr golden der geht sehr in die gold richtung hier seht ihr ihn und da darf man wirklich also ne hier ist er champagne pop also hier champagne pop pearl monstern und opal und der ist wirklich sehr golden also das ist ein sehr sehr goldiger highlighter sieht auf der nasenspitze finde ich persönlich nicht wirklich gut aus was ausschaut als hätte man sich wow jetzt bin ich aber gerade hell ich hoffe das gibt sich gleich wieder mit dem licht was aussieht als hätte man wirklich dann gold sich auf die nase geschmiert also ich persönlich es sei derzeit sehr dunkel dann sieht es mit sicherheit sehr gut aus an mir sieht champagne pop auf der nase ein bisschen bescheuert aus auf den wangen geht es ist okay das ist für mich persönlich so ein bisschen so wo ich mir manchmal denke ich könnte ihn aussortieren weil ich den so selten benutze weil die farbe nicht so unbedingt optimal für mich ist einfach vom vom hautton her aber ich kann mich auch nicht trennen weil man wenn ich in einem aufschlag gerade über dem blush so ein bisschen als blush topper sieht es dann auch wieder schön aus deswegen aber da würde ich mir wirklich wirklich gucken ob es auch wirklich zu eurem hautton passt weil wenn man zu hell ist für den farbton sieht es echt irgendwie der bad aus finde ich persönlich und das ist auch wirklich der der goldigste von allen aber ansonsten auch der wunderschön ich meine die qualität ist wie bei allen ich muss das beim fliehen kann ich das nicht vergessen die qualität ist der hammer wie bei den anderen auch also da kann ich wirklich nicht nicht meckern und ja meine vier becker highlighter für mich wie gesagt persönlich die besten highlighter die es zu kaufen gibt ich meine guck mal wie die oh guck doch den glow an das ist so schön wie die reflektieren im licht dann das auf den wangen sieht so schön aus wirklich so schön aus und die qualität ist halt auch toll die halten den ganzen tag da verblasst nichts die lassen sich super verblenden ja die sind einfach qualitativ für mich wirklich das beste was ich bisher finden konnte und auch die farbauswahl ist gut es gibt jetzt auch so einen neuen habe ich gesehen das war mir so ein irgendwas mit vanilla heißt er den hatte ich geswatcht neulich bei Sifora und da dachte ich mir oh sieht der gut aus ich war nicht bereit den zu kaufen in dem moment aber und die haben auch einen so ein bisschen so einen rosé goldenen so fast wie so ein bisschen duochrom ich weiß nicht wie der heißt aber die farbauswahl ist toll die haben tolle farben und da findet man jeder ich finde da oder ich bin der meinung da findet man was und wie gesagt mustern ist absolut finde ich ein ton der denke ich geben stehen dürfte und ja das sind meine becker highlighter ich hoffe dass euch die swatches weitergeholfen haben und diese review wenn ihr euch vielleicht überlegt wenn ihr euch überlegt auch mal euch die anzuschauen oder mal einen zuzulegen dann wie gesagt hoffe ich sehr dass ich euch da ein bisschen weiterhelfen konnte jetzt und ich würde mich riesig freuen wenn ihr mir einen kommentar hinterlasst ob ihr auch schon einen highlighter von becker habt und wenn ja welche was sind eure liebsten oder habt ihr vielleicht noch irgendwie einen anderen highlighter wo ihr sagt ne den findet ihr aber zum beispiel besser oder so würde mich wirklich sehr interessieren vielen vielen dank und ja wenn euch das video weitergeholfen hat und gefallen hat würde ich mich sehr beim daumen nach oben freuen vielen dank das ist für mich ein feedback und hilft meinem kanal auch weiter ganz ganz herzlichen dank und ja wenn ihr jetzt durch dieses video auf meinen kanal gestoßen seid und das erste video ist das ihr jetzt von mir gesehen habt dann herzlich willkommen hier freue mich dass ihr hier seid schaut euch einfach mal ein bisschen um wenn es euch gefällt klickt den abo button und diese bin auch richtig dann verpasst ihr nichts mehr vielen vielen dank und jetzt gibt es nichts mehr zu sagen außer bleibt gesund das ist das wichtigste ich würde mich sehr freuen wenn ihr im nächsten video auch wieder mit dabei seid und reicht vielen dank vielleicht sehen wir uns macht es gut bis dahin Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung. BR 2018